Oh Mann! Da kommen wir ja niemals rüber! Was hast du da? Ein Seil? Was macht er jetzt? Dann viel Glück, Kumpel! Das klappt nie! Wow, du hast es geschafft! Gut! Ach so, was ich noch sagen wollte... Ähm, ich hatte auch schon eine Anfrage gehabt, als ich doch nach dem zweiten Teil von Uncharted doch den ersten noch als Let's Play mache. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich mache. Ähm, ich bin auch gerade dabei, einen Trailer zu machen mit den Projekten, die ich gerne danach machen möchte. Und dann wollte ich eigentlich auch noch sagen, dass wir... Na, dass ich mit dem Let's Play Uncharted 2... Oh, das habe ich auch gedacht. Oh... Und... Und... Ja... Das wird, glaube ich, noch eine interessante Sache hier. Ich muss noch ein bisschen hier durchzwängen. Mal gucken, wo wir hinkommen. Keine Ahnung. Aber... Ich folge einfach mal. Oh, was hier? Hm. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht machen. Also Tabunalia Tadundore. Pinedo. Ah, da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Habe ich auch gehört. Ab und zu. Sollen sie mal beißen. Aber egal. Wir haben ja... Ach, wir haben ja nicht mal mehr Waffen. Stimmt ja. Naja. Das werden wir schon schaffen. Naja, schwenk dich mal wieder rüber. Soll. Ich... hinterher. Wir gehen ja mal weiter rein. Was ist denn hier? Ja. Genau. So wollte ich es auch machen. Bisschen zu voreilig. Hehe. Was? Oh, Mann. Mein Aufnahmeprogramm gibt mir gerade wieder kein Sound mehr vom Bild. Aber... Ihr werdet danach gleich einen Sound wieder haben. Also, ihr werdet sowieso einen ganzen Sound haben. Nur ich jetzt nicht. Deswegen kann ich jetzt... Weiß ich jetzt auch nicht, was die wirklich reden. Aber... Der Typ ist sowieso unverständlich. Hä? Das sind Schneeschuhe. Keine Laufschuhe. Uh. Immer mit dem Kopf voraus. Noch mehr Wölfe. Fantastisch. Noch mehr Wölfe. Aber die verziehen sich wenig. Oh, Mann. Was hast du gefunden? So die Schäfer, die Meme. Der ist schon ne ganze Weile tot. Hä? Baba. Der Cinsamanistein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Hä? 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 Mann, ey. Hä? 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 Ich schau mich mal ein bisschen um. Tenzin, los. Na lo? Ich helf dir hoch. Mo Go. , ne okay doctor. Heil'ahr. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Ich hab iets aus. Oh Mike, er hat ein Schiss oder was? Okay. Na, da müssen wir eben ran. Na, da rüber. Ja, dann haben wir hier so eine kleine Kletterpartie. Das ist ja hier auch nicht schlimm, wahr? Ah, hey. Rüber schwingen, rüber hangen. Ja, achso, was ich auch wirklich noch sagen wollte. Den Trailer, den ich auch vorbereite, da sind auch mehrere Varianten von Spielen. Also nicht nur, nicht nur Playstation 3. Auch andere Sachen, aber ich werde da auch nichts weiterhin verraten. Das ist ja sonst langweilig, wahr? Wenn ich da noch ein bisschen mehr verrate. Lasst euch einfach überraschen, das wird, ich glaube, eine ganz gute Sache. Was ich da vorbereite. So, hier rüber. Hier runter. Hier weiter lang. Ich glaube, wir hier runter. Und hier hoch. So, ja. So, dann kann er rüber. Komm schon, ich fang dich! Ach, das macht aber! Also, ich werde lieber, ich werde lieber da lang geklettern, als das zu machen und mich wünschen, jemandem anzuvertrauen. So, was hat er mit seinem Seil wieder. Kommt ihr irgendwie bekannt worden mit dem Seil? Der blutige Pfad Gottes, genau! Jeder braucht ein Seil, und was ist? Und sie brauchen es wirklich. Und rüber. Wie kann man denn so ein Seil verfehlen? Idiot. Naja, so wie kann man ja... Das ist ein zweiter Versuch. Boah, ey. Ich glaub's nicht. Oh, ey. Hm. Ah, geht doch. Boah. Ja, jetzt schuldet er uns was. Jetzt, äh, aber wir sind besser mit Quill. So, hier hoch. Los. Vanille. Verdammt, was war das? Ja, komm also. Hm. Und weiter. Die Eischoll noch rum. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, wir haben noch genug Zeit. Ja. Na gut. Ja. Oh, wir haben auch gut hingekriegt. So. So ein Mist. Was war das? Was war das? Ah, das? Was war das? Na, guck mal. Ich hab' das. Ich hab' das. Ja, komm schon. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Das ist ganz schön unangenehm aus. Muss ich echt zugeben. Na ja. Wer das wohl war? Was war das? Was war das? Der braucht aber lange. Ja, ja, ja. Okay, gut. Warte hier. Hier. Warte. Hm. Hm. Na gut. Ähm. Gehen wir mal hier. Ja. Geschafft. Hm. Okay, wären wir mal da nicht langgegangen, nicht wahr? Aber ich mach' erstmal hier... ...ein Schnitt. Ja, hinweg. Ich mach' das. Mach' die Handy. Vielen Dank.